um und wie er nachdem ich die Rolle runtergetan habe die Spiel weiter bei den witzigsten Spiel des Jahres der Reaktion das ist so ich bin hier irgendwie gerade bei einer Stelle wo so ein Priester wo ich vielleicht bin ich gerade aus dem Ofen ausgebrochen ja finde du weißt natürlich wieder alles das finde ich sehr nett Ah du bist klein nee nee der funniest Part kommt erst wenn du beim dissoziierten Wendnis wirst ähm sag was der Typ der dich in der Frau machen will die woanders wollen woanders oder erst als jünger ihr den muss ich muss bestimmte teile er muss deswegen ja nicht erzählen würde das Problem für mich ist gar ich habe keine Ahnung wo ich hingehen muss nach dem Ofen für du weißt es ja erinnert die ja klar aber kannst du weißt du weißt ja wo der Ofen er wird nach dem Ofen wo sich dann aber dann sollte ich gehluden ich weiß nicht natürlich ich weiß ist alles ich weiß nicht selber sagen das okay irgendwer es ist nicht psychisch ich darf doch mal funktioniert m m Well, he's dead. Oh, please don't jump scare me. I hear you. Hammer is so... Well, I need some light. Can we climb up? I don't know. Hm, yeah. Dachtest du. Anyway will ich nicht, weil ich will nicht wieder unseren guten Freund den Metzger treffen. Aber er will dich treffen. Ja, will ich nicht ihn. Ja. Bear with mich. Ah, da. Oh, was fang denn da? Oh, Jesus. Das war's. Hauptsache, es kommt nicht wieder der Japs Game im letzten Teil, dass die ganze Zeit, wenn ich die Tür auch machen, mir immer dagegen springt. Weil das nicht lustig war. Ich denke, es war's. Oh, sag was, Wallrider? Well, Wallrider ist cool. Well, at least he's gone. Well, at least he's gone. Oh, well, I don't like this. I like it. Oh, Jesus Christ. Please don't jump scare me. Please don't do it. I'm a little guy. Nein, bist du nicht. A little guy who's playing this PS4. Please. Just, oh no. It's getting dark again. I don't like it. Please. Please don't barf. Wait. Is this the game? Fuck. Our good friend is again there. Yeah? Yeah. I can't. I love it. Or it was an asshole. Or it was an asshole outside with a knife. But I don't think so. Say what cheese tits? Say what cheese tits? Why are you a cheese tits? Cheese tits? And it's a poo. Oh, Jesus. I can't thank Graham. We're almost done. Hmm? Which one? I don't like this at all. Oh, shit my pants. Oh, battery, battery, battery. Batteries. The moment's gone, man. We're not copying anyone. No. At least Gadunka is. Yeah. I think it's the copy man. Oh! 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 Say what? Oh, wait. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. That's a shame, man. Was? Waren? Waren geht es an! Waren? 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 Ich liebe ihn, nicht? Ich liebe ihn, nicht? Warum? Ja, ich liebe ihn. Das ist geil so. Ich liebe ihn, nicht? Ich weiß nicht mehr, wie ich in die Spindel reingehen muss. Ich habe schon gedacht, ich höre die ganze Zeit diese Säge und denke, wann? Und dann... Der ist schießt jetzt. Natürlich startet... Natürlich startet das ganze gleich wieder da, wo er mich verfolgt. Wenn ich ja keine Pause... Wenn ich ja keine Pause bekomme... Please, please stay. Ihr habt mich nicht gesehen. Please don't pass. Oh, he's here, sing me! Man hört ihn ja auch gar nicht, das ist richtig scheiße. Oder gibt es einen Sound, mit dem man ihn hören kann? Nee. Nice. Oh, was hat seine Säge? Ich glaube, der ist weg. Ich hoffe so. Schießt jetzt. Please don't buff Schießt jetzt. Ich hasse dieses Feeling. Ich liebe es. This was the most bad joke I've ever heard. Oh no. I can hear his nice Basso again. I can hear his nice Basso again. But he's not so bad joke, Oder, um, 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 uh, um, 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 um ein Pralleniquesen. Let's just run Achso! Wenn ich durch den Spalt gehe kann er mich nicht mehr bekommen, achso. Ich dachte er ist nicht so wie Chris Walker. Ich meine, Chris Walker ist klar, der ist fett, aber... Ja, nichts gegen fette Leute, aber es ist wahr. Hier. Nichts gegen fette Leute, a.k.a. Gadunker. Oder Finn. Oder Finn, ja. Ich akzeptiere dass ich... Du akzeptierst die Eisbucket-Challenge. Huh? Nichts. OHHHHH! Gadunker! Oh, ich f***ing hate you. Oh, der Jumpscare war so schlecht. Weil das so richtig schön billig war. Ja? Ja. I felt the pain. The pain of the bad Jumpscare. Ich hab schon wieder das Gefühl, dass unser guter Freund bald wieder kommen wird. Chris Walker. AHHHHH! Ha, ha, ha! Leute. Ich pausier kurz. Aber immer wenn ich diese scheiß Tür aufmach. Der Witz wird... Das wird schon langsam so billig. Ich bin wieder los. Ich bin wieder los. Ich bin hier. Say what? Say what? What is he doing? Well... Have fun? I'm just gonna go here. And... F*** my life. No. So. Yeah, you... Headbanging. Next level. Ich hasse das. Es fehlt nur noch so ein kranker Doktor, der irgendwas mit ihm macht. Ja. AHHHHH! Doktor-Spieche! Say what? Oh, say what, motherfucker? Oh, da, I am. Oh, uh, uh... Please don't, don't, don't make the door... Well, I'm done with you. I'm done with you. S***! The door is closed! F***ing life. Oh, yes. So hot. Oh. We f***ing seriously closed the door when he was there. What can I do here? Oh, there we go! Go in! Go in, idiot! Oh. I tell you what. This guy. Well, I don't like this situation. Huh. S***. Was ist es auf mich? Es ist sie mir, es ist so nett. Es ist sie mir, es ist so nett. Ich lache nur für mich. Wie ist das für euch? Oh mein Gott, ich hab dich gesucht. Ich wünsche mir den Weg. Oh, finally I found the way. Ja, ach nee. Das ist echt, also, das ist Jumpscare Overload. Ey, komm, das ist eine nötige Portion auf Jumpscare in a day. Shut the fuck up. Also, wer das nicht so sieht wie ich, der ist krass. Gajunka soll doch noch viel mehr erschreckt werden, Leute. I mean, he likes it. Oh, what the? Oh, please, stop with the fucking Jumpscares. It's not funny anymore. I like it. Shut the fuck up. Wenigstens darf ich jetzt mal ein bisschen lesen. Therapiestatus. Minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6 der Homo... Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulationen. Meine Güte. Übereinstimmend mit Tagab... Tab... Tabak. Ich denke, die sind wie Mediziner, oder was? Tabak und Marihuana konsumierten Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung. Zur Zeit dieses Gespräch lag Franks Gewicht bei 155 LBS, ich weiß gar nicht, Pounds, glaube ich. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 Pounds. Es war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das Neuen. Für das Neuen? Okay. Skriptmuster der Hypnotherapie... Ah, so... Wernicke. Ich glaube, da haben sie sich verschrieben. Auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlaffender Männer... What the fuck? What the fuck? Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein eine Behandlung durch eine Friseur mit den Worten ab. Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen. Sollte es sich keine Nahrung finden, die ihm zugesagt. Ach, das ist der! Der Mr. Manera, das ist der wahrscheinlich. Der uns da verfolgt. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Nein. Du kannst du den Füßen! Fuck off! Oh, wenn ich sehe, wird das lustig sein. Oh, jetzt können wir... Oh, nein, nicht wieder, mein kleines Freund. Na ja, ich kann mich einmal ganz kurz im Hintergrund ragen hören, weil ich jetzt erstmal Metal Gear Rise and Revengeance auf 100% spielen will. Und du weißt, du weißt doch, wie es sich anfühlt, wenn man ein Spiel offene Prozent kriegen will, und dann musst du dazu noch ein bisschen weg. Ja, irgendwie, dann ist dieser Frust da, wenn du immer verkackst. Ja, ja, das ist der Frust. Das ist so böse, ich weiß nie, ob der doch da ist oder nicht. Ja, er ist da. Ich kann dich so hören, du little idiot. Ich kann dich auch hören. Oh, er ist in front of mich. Ich bin nicht hier, ich bin ein Dolphin. Ich bin ein Dolphin. Ich bin ein Dolphin. Ich bin ein Dolphin. Oh, well, shit, that shit, well, that shit went wrong. Oh, he get, he's able to get in there. Fuck my life. Oh shit, wrong way. Say what? I'm trapped. She's tits. Holy shit, that's it. Oh fuck. Yes, it's it. Hello, I'm not coming here. Yeah, it's. Tell me what I should have done. Fuck, I have to do it. Yeah, I'm dead on the netten. Menschen. Oh, I hate you. I want to be happy that your character, who you play, was good in sports. a lot of fun. Haha. I have to check what the... Wait, where is the actual mission? Give the gas up and... Yeah, great. Ah, wenn ich das Basso höre, dann kriege ich die Chills. Das Basso bedeutet, dass du fertig bist. Oh, Jesus Christ! Ich häng' fest. Ja, toll. Was hätt' ich machen sollen? Ich bin hängen geblieben. Ja, nice. Nice. War richtig fair. I know. Wie heißt der Mann? Manera? Manera, ich hasse dich. Irgendwie hört sich man ja dann an... Ne, das ist zu tief. Nope. Oh Gott. Scheisse. Was ist. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, ein Mann. Ancient try, it's soo hard! So f***er Ha, Biasch! Can't do anything now, huh? Ah, Biasch! Oooo! Don't you dare run around, can you give me a mess, what? Aaaaahhhhhh! Alte, wenn der nicht sportlich wäre, wäre schon so oft gestorben. Oh, Biasch! Aaaaaaaaaahhhhhh! Bum, bum, bum! Oh! Ja Leute, ich habe wie es aussieht einen Hänger. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich später. Ich guck mal herum. Ob Biasch! Oh! Ich werde sterben! Aaaaaahhh! Halt die Hände! Ich bin nicht so schlimm, weil ich damit gerechnet habe, dass es hier irgendwo passieren muss. Biasch!